NATO-Chef Jens Stoltenberg und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban einigten sich am Mittwoch in Budapest darauf, dass das mitteleuropäische Land das Verteidigungsbündnis nicht daran hindern werde, mehr zur Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion beizutragen. Stoltenberg sagte. Der Ministerpräsident und ich haben uns heute darauf geeinigt, dass Ungarn andere Verbündete nicht daran hindern wird, mehr finanzielle Unterstützung für die Ukraine zu leisten und dass die NATO eine führende Rolle bei der Koordinierung der Unterstützung für die Ukraine übernehmen wird. Orban selbst sagte, dass Budapest die Entscheidungen der NATO, die sich tatsächlich von denen seines Landes unterscheiden, nicht blockieren werde. Jede Militäroperation im Ausland kann nur freiwillig sein, und Ungarn hat die notwendigen Garantien erhalten, auch nach den Europawahlen, die Wahlstand zwischen Krieg und Frieden, und die Wähler bestätigten die Entscheidung der Regierung, an keiner Kriegshandlung teilzunehmen, sagte er. Orban ist der einzige europäische Führer, der gute Beziehungen zu Russland und Präsident Wladimir Putin unterhält, während er sich weigert, militärische Hilfe für die Ukraine zu leisten.